weiter geht es im sumpfgebiet und ich hoffe wir sind hier bald wieder raus wo sieht gut aus erstmal auf die zu heilen unteres delphi dann sind wir ja bald da haben wir auf jeden fall noch an dieser session noch mehr kannst du nicht vielleicht sollte ich mal auch ein paar energie tränke mit verschärbeln so viele brauchen wir niemals so kraftvoller haben wir nicht noch ein paar normale energie tränke sie können weg lebe wohl wird und schild sind nicht dein stil ich denke dass du hier fündig wirst mal gucken gift schaden ist natürlich auch irgendwie geil vielleicht hätten wir auch einfach mal die farbe jetzt mal wechseln und eine schriftrolle haben wir auch noch lieben es war mir ein vergnügen das wäre eigentlich mal ein guter zeitpunkt unsere kisten sind geräumig und sicher bis dann todesvision na dann probieren wir den kram mal aus komisch dass man diese schrift rollen hier nicht im kampf oder so bekommt obwohl das eton jetzt installiert ist man kann die ja scheinbar nur kaufen jetzt momentan er läuft davon das ist ja auch naja nicht so toll diese fähigkeit mal gucken ob du wenigstens was ich habe nicht viele besucher sei gegrüßt wie kann ich dir helfen 26 prozent mehr stärke jetzt noch gleich mal ein das tschüss hast du hier coole zauber ach du gott 420.000 ich frage mich ob diese das sind doch nur fünf wie sie sind diese scheiße teuer aber anders jetzt ja damit 126 so tolle sachen ist jetzt aber nicht wiedersehen tschüss so und die ringe tausche ich glaube ich jetzt doch auch mal aus jetzt das sind alles begleiter sachen wo war das gut näher ist ja verteidigungs qualität zehn prozent lebenskraft schon kann weg mehr rüstung mehr schaden ich glaube ich werde diese beiden ringe wählen dann können die erstmal alle wieder verkauft werden nun ja mir gefällt es hier draußen es ist ruhig und friedlich ganz schön an leben und zu verloren ich werde aber die immer behalten bis dann so jetzt können wir noch gucken wenn das so viele für das geht nicht nehmen wir mal die komplett setzt intelligenz intelligenz brauchen wir nicht kälte schaden können wir nicht einsetzen das geht nicht wir haben noch zwei ringe rücken nein kein problem lass dir ruhig zeit wiedersehen so haben wir zwar deutlich weniger leben aber die ringe können wir zur not immer noch wieder austauschen austauschen da 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 eltern wieder hin verdammt ich wollte gerade helfen mein freund die 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 Ach, hier ist ein Heller. Hallo. Keine Ruhe, Schweinerei. Keine Ruhe, Schweinerei. Und bald haben wir auch schon wieder die Hälfte der Erfahrungen eingesammelt. Das finde ich schön, finde ich sehr schön. Okay. 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 So, oder geht's noch weiter? Dann machen wir hier erstmal wieder ein Folgen, Päuschen, Spitze, B, danke mich, bis dann.